Das Hotel Three Valley La Chateau liegt in Revelstoke in British Columbia. Das Hotel Three Valley La Chateau ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, 15 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 15 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel Allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Service 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,8 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,6 Sonnen von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.